Margot Hellebrand von Heiliggeist 8. Station Jesus begegnet den weinenden Frauen In dieser Station wendet sich Jesus den klagenden Frauen zu. Ihr Weinen und Klagen sollen nicht ihm gelten, sondern ihren eigenen Sorgen um sich und ihren Kindern. Ich denke bei dieser Station oft an meine langjährige berufliche Arbeit mit Alleinerziehenden und ihren Kindern hier in Iserlohn, in unserer früheren Familienbildungsstätte, wo wir einen Treffpunkt für Alleinerziehende mit begleitender Kinderbetreuung hatten oder später an meine Arbeit mit Alleinerziehenden und deren Gruppenleitungen für das Bistum Osnabrück. Frauen, die in der Alleinverantwortung der Erziehung ihrer Kinder stehen, – dasselbe kann umgekehrt gleicherweise auch für Väter gelten – ob getrennt lebend, geschieden, verwitwet oder unverheiratet ohne Partner – stehen vor großen Herausforderungen. Alle möchten ihren Kindern Geborgenheit schenken und ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen für ihr Leben mitgeben. Dabei stehen sie selbst oft großen Schwierigkeiten gegenüber, wie zum Beispiel Finanzproblemen, Schwierigkeiten bei Besuchsregelungen oder Behörden, Schwierigkeiten in der Erziehung der Kinder, die mit dem Verlust des Vaters oder der Trennung der Eltern nicht fertig werden, Verarbeitung von Trauer oder Beziehungsproblemen bis hin zu Alkoholabhängigkeit oder erlebten Gewalttätigkeiten. Ihre Situationen haben mich oft sehr betroffen gemacht, mich aber auch motiviert, mich gemeinsam mit ihnen für ihre Belange einzusetzen. Die Kirche ist ihnen dabei leider auch nicht immer eine Hilfe, wenn wir zum Beispiel nur an die jahrzehntelangen Diskussionen über den Kommunionempfang vom Verheirat Geschiedene denken. Und das trifft besonders diejenigen, deren Glaube sehr wichtig ist. Der Umgang mit Alleinerziehenden erfordert viel Einfühlungsvermögen und Zeit für Einzelgespräche. In der augenblicklichen Situation des Coronavirus verdichten sich die Existenz- und Finanzsorgen der Alleinerziehenden und die bange Frage, bleibt mein Arbeitsplatz erhalten und wie sie in dieser Situation, wo die Kinderbetreuung nicht gesichert ist, Familien- und Berufsleben koordinieren können. Sie gebrauchen jetzt erst recht Anerkennung, Zuwendung, Verständnis und Zeit für ein Gespräch von Seiten ihres Umfeldes und auch der Gemeinde. Eine wertvolle Hilfe für die Alleinerziehenden, vor allem mit kleinen Kindern, ist die Kinderbetreuung, die zurzeit aber leider nur bedingt oder gar nicht möglich ist. Folgen wir dem Beispiel Jesu, wenden wir uns von unseren eigenen Sorgen und Nöten ab und denen zu, die unsere Hilfe gebrauchen. Beten wir füreinander in unseren unterschiedlichen Lebensverhältnissen. Betten wir die Re sanction, Survival ent